Ich heiße Basel, ich bin 35 Jahre alt, ich komme aus dem Jemen, ich bin mit meiner Frau aus dem Jemen, hier fluchtet, weil ich im Jemen mittut und für Fluchten muss, ich war drei Monate im Jemen im Gefendt, weil ich anders denke als die Regierung, ich wohne hier in Selsak, in einer Wohnung, wo ich und meine Familie sich gut wollen und uns gut in Glied haben. Ich habe aber große Angst, mit vielen Personen zusammen zu leben, weil ich das an der Zeit im Gehenfens im Jemen, hier an der Zeit im Gehenfens im Jemen. Damit ich und meine Familie wieder so wohnen kann, bin ich auch auf Ehre gekommen gewesen. Vielen Dank. Du brauchst alleine Hause, ja? Ja. Liebe Kindergarten, haben Sie Freunde? Ja. Viele? Vier. Wie viel? Zehn. Gut. Fertig? Ja, fertig. Wolle, ciao. Ciao. Danke. Bitte, ciao. Bye.